Wer ist so behämmert und füllt alle seine Sachen um? Richtig, meine Community. Denn hier bringe ich euch bei, wie ihr euer Zuhause next level organisen könnt. Weil vermutlich hast du sowieso schon endlos viele Videos darüber geschaut. Und ich bin der Meinung, dass du das auch schaffen kannst, dass dein Zuhause so ästhetisch aussehen wird. Denn alles beginnt erstmal mit den richtigen Aussortiertaktiken. Meistens braucht man überhaupt nicht so viele Dinge. Und deswegen werde ich euch zeigen, was wirklich essentiell ist. Und wenn du dich der Community anschließen möchtest, dann kommentiere mit einem Herz-Emoji und folge für weitere Tipps.